Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Cryptoanarchist. Der Preis von XRP ist heute bei 46 Cent, hat sich also nicht verändert. 1% runter ist jetzt nicht die Welt und 7% down bei Cake ist leider insgesamt sehr, sehr rot aktuell der Markt. Der erste Tweet für heute kommt von Ripple selbst und hier geht es einmal um das globale Interesse in das Erforschen und Erkunden von CBDCs, also Central Bank Digital Currencies und zwar auch in Bezug auf den privaten Aspekt, also sozusagen die Privatsphäre in diesen CBDCs. Das Ganze wird hier einmal von Modern Dorsch, also Anthony Wealths gepostet, beziehungsweise ein wenig besser erklärt und zwar hier von YouToday. Also da haben sie einen YouToday Artikel veröffentlicht und hier gepostet und zwar geht es hier in diesem kurzen, knackigen Artikel darum, wie digitale Firmen diese CBDCs gut nutzen können und wie sie in Zukunft da die Adoption vorantreiben. Das Ganze ist halt eben ein wichtiger Aspekt und deswegen ist Ripple das Ganze auch aktuell so wichtig. Ich bin der Meinung, Ripple ist gerade sehr, sehr, sehr bedacht in dieses CBDC-Thema tiefer einzusteigen und sich da ein wenig besser zu positionieren. Allgemein ist das ja schon immer deren Steckenpferd gewesen, seit neuestem, sag ich mal so. Deswegen ist es umso wichtiger, wie wir gestern auch in dem Bericht gesehen haben, dass Ripple da oft selbst erwähnt, dass sie einfach da die Top-Firma ist. Dann ist ein neues Decentralized Exchange gelauncht und zwar auf dem XRP Ledger und ist ein selbst gehostetes Exchange. Ziemlich interessant, also ein Browser-basiertes Decentralized Exchange. Das Ganze können wir hier bei der Xoom App einmal nachlesen. Ist halt eben von Xoom an sich und kann halt eben hier genutzt werden, um dann verschiedenste Handelspaare zu nutzen. Also wie zum Beispiel hier XRP, US-Dollar, XRP, Sologenic, Bitcoin und so weiter. Also ziemlich, ziemlich cool. Auch von der Idee her ziemlich interessant. Ich glaube, in Zukunft wird es mehr von dieser Art von Software geben, so dieses Self-Hosted Exchange, Self-Hosted Whatsoever. Wir sehen das gerade auch mit der AI sehr, sehr viel. Bei Künstlicher Intelligenz geht es immer weiter darum, dass man sich eine eigene kleine Kopie, sag ich mal, von der AI auf seinen PC oder auf sein Handy laden kann. Und das dann auch benutzen kann. So, und ich glaube, das Ganze wird hier in dem Bezug auch wichtig sein. Generell hatte der XRP Ledger das erste Decentralized Exchange der Welt und ist jetzt hier weiter bedacht darauf, das Ganze auszubauen, diese Positionen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, wenn ich jetzt von Decentralized Exchange spreche, dann denke ich zuerst an Uniswap, dann vielleicht an Sushi-Swap, Pancake-Swap, so in der Richtung. Aber eigentlich niemals an irgendeinem Exchange, was sich spezifisch um den XRP Ledger dreht. Aber gut, das sollte sich mit Sicherheit in Zukunft dann mal ändern. Gerade wenn XRP jetzt auch in Zukunft noch mal größer werden könnte und somit natürlich auch mehr Adoption, mehr Nutzen dafür am Ende dann dort verfügbar ist. Dann fragt RippleXDev hier einmal in die Runde, was für NFT-Nutzen, also NFT-Use Cases, aktuell zwar schon wichtig sind und genutzt werden, aber in der Zukunft vielleicht noch mal deutlich relevanter werden könnten. Also so in ein, zwei Jahren, was dann dort entsprechend wichtig wird. EgerCrypto antwortet dann hier darunter, dass wahrscheinlich solche Art Educational Certificates, also sozusagen irgendwelche, ja wie so Zeugnisse oder vielleicht so der Doktortitel oder sowas halt, dass diese Dinge halt eben besser als NFTs funktionieren werden. Das Ganze ist dann halt eben auch nachweisbar, ne, also wird das Ganze gemintet und so weiter. Ich glaube, das ist nochmal deutlich, deutlich besser. Also generell jegliche Form von Ausweis eigentlich ist, dass man sich viel besser aufgehoben oder viel besser durchgeführt, weil man kann sich sehr viel Mühe geben, solche Sachen dann wirklich zu fälschen und so weiter. Aber auf der Blockchain kann man das halt eben nicht fälschen und umso effizienter wäre es dann, solche, ja wirklich Zertifikate zum Beispiel auf der Blockchain zu haben. Deswegen gehe ich da auf jeden Fall mit und ich bin der Meinung, die Tokenisierung wird in Zukunft auch noch ein sehr, sehr großer Punkt werden. Dann, bevor wir noch zu ein paar Impressionen aus dem XRP Las Vegas Event kommen, geht es hier einmal um den Sir Clown, denn der sagt hier, dass er es nicht gut findet, dass Bradley Kimes sich an diesem Event so bereichert und zwar an XRP Las Vegas. Und das habe ich ja vorher auch schon mal so ein bisschen angeprangert, nämlich kosteten die Karten wohl zwischen 600 und 1500 Dollar, was wahrscheinlich für ein solches Event nicht wirklich gerechtfertigt ist. Ich meine klar, ich bin nicht der Veranstalter, ich weiß nicht, was da abging, so in der Form, wie viel die Location kostet und sowas halt. Aber ich glaube, so eine Karte im Bereich von vielleicht 50 bis 100 Euro hätte es wahrscheinlich auch getan. Gerade diese Tausender Marke zu überschreiten, finde ich schon ein wenig heftig, to be honest. Und da muss ich vielleicht mal sagen, haben wir mal den ersten Tweet, wahrscheinlich auch vom Sir Clown, wo ich auch mal so zustimmen würde, to be honest. Also das Ganze fand ich auch ein bisschen komisch. Ich habe leider aus der Community so keinen gehabt, der mir zumindest geschrieben hat, dass er da auf diesem Event war. Also wenn ihr da vielleicht wart oder wenn ihr da zumindest irgendwelche Bekanntschaften oder sowas vielleicht habt, dann sagt er gerne mal Bescheid. Mich würde das echt mal interessieren. Man sieht hier auf Twitter ein wenig, was da so abging. Hier beispielsweise von Jimmy Valley und zwar XRP Las Vegas war pure Magie mit Brad Gardinghouse. Ich meine, klar, Brad Gardinghouse zu treffen ist schon ganz cool, aber es wäre mir jetzt nicht 1600 Dollar wert. Und hier gab es dann nochmal ein paar andere Bilder mit Brad Gardinghouse und diesem übelst freshen Dude hier. Hier natürlich nochmal so ein bisschen die Anwälte. Also ziemlich, ziemlich cool gemacht. Aber wie gesagt, ich konnte jetzt noch nicht so wirklich rauserkennen, rauserahnen, warum dieses ganze Event eigentlich so stattgefunden hat, beziehungsweise was da der tatsächlich richtige Grund hinter ist. Dann haben wir hier LimeWire und hier fragen sie einmal, ob sie XRP als ein Handelspaar Token hinzufügen sollen für den aktuellen Verkauf von dem sogenannten LimeWire Token, also LMWR Token. Und natürlich lässt sich die Community da nicht zweimal bitten und hat da schon die 300 Retreats direkt geknackt. Das war natürlich auch logisch. LimeWire ist ja schon größer. Also hier 118.000 Follower ist natürlich kein kleines Projekt. Und ich finde es auf jeden Fall immer gut, wenn man da so ein bisschen Social Engagement hat, wenn man so ein bisschen hier so hier macht mal Leer, macht mal Welle so in der Richtung. Also von daher natürlich ziemlich, ziemlich cool. Und so gibt es jetzt XRP hier eben auch als Handelspaar, beziehungsweise als Zahlungsmethode auf deren Plattform. Dann geht es um ein Thema und zwar um Gold. Hier in Zimbabwe soll es bald einen digitalen Coin geben, der Gold gedeckt ist, beziehungsweise der eben von den Goldverkäufen gedeckt ist, sag ich mal. Und das ist auf jeden Fall spannend, diese Gold Tokens, sondern für 10 Dollar an irgendwelche Individuen verkauft werden können und für 5.000 Dollar an irgendwelche Firmen. Ziemlich spannend und ich denke mal, da ist einiges an Potenzial da. Generell ist ein bisschen die Frage, warum sollte ich nicht einfach Gold kaufen? Und darauf habe ich noch keine richtige Antwort. Deswegen ist das erstmal eine schöne Sache. Aber klar, wenn das eben dann das gesetzliche Zahlungsmittel dort wird, dann denke ich mal, wäre das ein positiver Aspekt. Denn das würde natürlich vor einer sehr großen Inflation am Ende schützen. Dann haben wir noch einen Tweet von Crypto Steve. Und zwar geht es hier um Ethereum 2.0, beziehungsweise gerade um eigentlich alle Netzwerke, die irgendwie Ethereum oder Layer 2 quasi sind für Ethereum. Denn aktuell haben alle Netzwerke irgendwie sehr, sehr hohe Gebühren. Habt ihr mit Sicherheit schon mitbekommen, es gibt ja gerade sehr, sehr viele von diesen Meme Coins wie Pepe jetzt in den letzten Tagen beispielsweise und so weiter. Also da gab es einiges an positivem Impact, aber da gab es einiges an Traffic und deswegen ist das Netzwerkaufkommen gerade so hoch und deswegen sind die Transaktionsgebühren auch so hoch in der Form. Und das Ganze ist leider bei den Layer 2 aktuell nicht anders. Deswegen zeigt das aus meiner Sicht, dass dieses Skalieren und so weiter immer zwar schön und gut klingt auf dem Papier, aber dann meistens in der Realität nicht wirklich so umsetzbar ist. Wenn, wie gesagt, hier 50 Dollar für eine Transaktion zu bezahlen, schade. Aber wenn das schon bei den Layer 2s ankommt, wie zum Beispiel ZK Error oder bei Arbitrum und Optimism, dann ist das leider nicht viel besser als Ethereum, to be honest. Und am Ende nochmal ein kleiner Fun-Tweet, beziehungsweise ein Fun-Meme, wenn man so möchte. Und zwar hier von ExeQueen. I'm in the Meme-Business and it's booming. Und dann hier so. Dieser nice Frosch. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch im Meme-Business seid, ob ihr da auch so richtig im Game seid, sage ich mal, oder ob ihr euch damit eher so nicht auskennt. Und ob ihr vielleicht auch in den letzten Tagen Meme-Coins gehandelt habt oder ob ihr sagt, nee, Meme-Coins, das ist gar nichts für mich. Ich bleib da lieber bei den Utility-Coins. Egal auf welcher Seite man da steht, ich hab mich natürlich gefreut, dass du heute wieder mit dabei warst. Und ich denke mal, wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder auf diesem Kanal zu einem neuen Video. Schreibt mir gerne alles, was euch so beschäftigt, aktuell in die Kommentare. Ich antworte wie immer auf alles und dann sehen wir uns morgen. Ciao. Ciao.